Endspurt in KW 40 2019 und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Ja, gestern war Feiertag, Tag der Deutschen Einheit um genau zu sein, aber zum Feiern dürfte den Anlegern bei DAX und Co. erstmal nicht zumute gewesen sein. Schauen wir schnell auf den Gesamtmarkt, da lief am Mittwoch, während wir hier noch mit der Aufzeichnung des DAX-Videos beschäftigt waren, die Meldung über die Höhe der von der Welthandelsorganisation WTO zugebilligten US-Strafzölle gegen die EU über den Ticker 7,5 Milliarden US-Dollar und die werden auch direkt, nämlich ab Mitte Oktober erhoben, wie der US-Handelsbeauftragte Lighthizer am späten Mittwochabend Flux erklärte. Die Liste der betroffenen Waren ist acht Seiten lang, weshalb wir die hier jetzt nicht vortragen, sondern stattdessen feststellen, dass der DAX am Mittwoch bereits das Gap vom 4. September geschlossen hat und zum zweiten Mal hintereinander auf seinem Tagestiefstand aus dem Handel ging. Weitere Abgaben am heutigen Freitag nicht ausgeschlossen. Wobei ich dem Video vom Mittwoch gerne noch eine weitere Unterstützung hinzufügen möchte. Kommt es nämlich zum Test der Haltezone bei 11.850, 11.800 und können sich die Blutschips am GD200 nicht nach oben abdrücken, würde sofort die massive Unterstützung bei 11.600, 11.560 in den Fokus rücken, die im August mehrfach auf den Prüfstand gestellt wurde und die ebenfalls über eine auffällige Volumenspitze verfügt, die zunächst stützend wirken sollte. Kursziele nach oben unverändert, neu hinzugekommen ist jedoch die Runde 12.000er Marke, die nun wieder überwunden werden müsste. Fluktuat Negmergitur hätte man jetzt ein richtig schönes Gewinnspiel draus machen können. Mit der Frage, welche Metropole diesen Spruch im Wappen trägt, halten wir uns aber gar nicht erst mit auf und kommen direkt zu Wirecard, die am Mittwoch ebenfalls sauber nach unten durchgereicht wurden und annähernd auf Tagestief aus dem Handel ging. Dabei rutschten die Kurse ganz knapp unter die 140er Marke und stehen jetzt eigentlich schon in Sichtweite zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei 136,72 verläuft. Aber auch hier haben wir noch die Chance auf ein Pullback, das heißt ein Dip an die Trendlinie und den anschließenden Turnaround, der mindestens an, besser noch über die Volumenspitze bei 150 Euro führen sollte, um danach die alten Kursziele bei 156 und 160, 162, 30 sowie 170 Euro zu reaktivieren. Kritisch würde es dagegen, wenn der GD 200 bricht, denn dann hätten wir es plötzlich noch einmal mit der 130er Barriere zu tun, die ebenfalls von einer nicht ganz so stark ausgeprägten Volumenspitze flankiert wird und die zwingend verteidigt werden sollte, um nicht aus der breiten Seitwärtsrange nach unten herauszufallen. Das wäre nämlich ein klares bearisches Signal und könnte als solches eine Verkaufswelle in Richtung 125, 120, beziehungsweise diese Haltemarker kennen wir alle 110 Euro auslösen. Da sind wir aber noch lange nicht, deshalb machen wir an dieser Stelle auch einen Cut und melden uns mit hoffentlich besseren Nachrichten, beziehungsweise steigenden Kursen zurück. Jetzt noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein schönes Wochenende für Sie und Daumen hoch für mich, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür und Servus, bis Montag! Vielen Dank!